Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, und weiter auf Kurs. Jetzt hängt der kleine Wagen irgendwo fest. Unser Wagen hat wieder mal die ganze Ladung verloren. Aber, dank euch weiß ich, dass ich jetzt nicht wieder den ganzen Weg fahren muss. Sondern kann ich einfach die Ladung wieder draufschmeißen. Das muss man echt alles wissen. Dann ist das Game wirklich interessant. Weil so kann man vieles retten, was verloren ist. Halt. So, wir fahren einmal durch den kleinen Gartenteich hier. So, hier vorne direkt wieder raus. Zack. Sehr schön. Das könnte sogar der richtige Weg sein, den wir gerade gefunden haben. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Wir sind sonst immer da vorne rausgekommen. Was natürlich mega umständlich war bis jetzt. Aber, wenn es auch so geht, kommen wir dann nicht gleich so. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben uns ein richtig tiefes Loch gebuddelt. Das ist verdammt schwer, da durchzukommen. Also heißt es, jedes Mal, wenn wir da durchfahren, aufpassen. Sonst hängen wir da drin und dann haben wir den Salat. So, einmal schön durch den Matsch. Also Leute, wenn ihr Tipps habt oder so, dann schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Wie hier, man kann am Wasser entlang fahren. Das war ein super geiler Tipp. So, haben wir viel Stress umgangen. Ach, ist das nicht schön. Im Matsch spielen. Wer will das denn nicht? Wer spielt nicht gerne im Matsch? Wer macht sich nicht gerne die Hände schmutzig? So, kurzen Moment. Ich muss mal gucken, wo wir sind. Genau, das war jetzt da hoch. Dann dahin. Durch den Fluss. Das wollte ich nicht. Durch den Fluss. Und dann... dahin. So. Okay. Let's go. Mal gucken, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Die kleinen Bäumchen, die drücken wir ja einfach auf Seite. Alles, was so nervt und am Weg steht, einfach platt machen. Weg damit. Nein, nein, nein. Vorsichtig. Wir sind noch an. Noch sind wir an, Leute. Wir sind noch an. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, 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 nein. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und hoch da. Komm schon. Das schaffst du doch locker, Kollege. Hä? Du bist doch ein Tier. Perfekt. Soll einer nochmal sagen, wir schaffen das nicht. Also bitte. So eine Frechheit, sowas zu behaupten. Go, 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 komm schon. Nicht? Okay. Keine Chance. Komm, einfach hier hoch. Einfach da hoch, Kollege. Entschuldige. So. Einmal die Stützen ausfahren und die. So. So. Okay. 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 Ich krieg diesen fucking Baumstamm nicht, weil der so... Ich krieg ihn nicht. Ich krieg die Sachen nicht, weil ich einfach zu tief hänge. So, vielleicht krieg ich sie so, was meint ihr? Oh, wir haben was. Ich meine, fast haben wir was. Wir haben tatsächlich was am Arm. Ach, Leute. Das gibt's nicht. Moment, ich geh nochmal ins Hauptmenü. So, jetzt geh ich auf Spielen und suche mir eine wunderschöne andere Map aus. Ich krieg sonst zu viel. Gibt's denn mehr Spiele momentan? Der Hügel sind momentan noch in der Lobby. Okay. Hm. Wir waren ja jetzt in der Hügel, ne? Genau. Dann starten wir doch mal in den Ebenen. Einfach mal um die Map kennenzulernen. So, die Ladefläche ist angebaut. Die bauen wir ab. Einmal die andere Bereiflung. Holzauflieger. Mittlerer Holzauflieger. Okay. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann gucken wir einmal auf die Karte. Bis da oben ist das Holz. Was? Wohin? Ah, und da ist das Ziel. Okay. Warum auch nicht, ne? Hier haben wir den und dann haben wir noch einen Tankwagen, so wie es aussieht. Genau. Wunderbar. Also, verkehrt sieht es schon mal nicht aus. Okay. Auf geht's. Wir fahren dann mal los. Und ich hoffe, dass wir deutlich besser zurechtkommen auf dieser Map, als bis auf jetzt allen anderen. Ähm, Moment. Ich sollte mir vielleicht zumindestens ein Pi mal Daumen Ziel setzen. So, hier kommen wir locker durch, oder? Schaffen wir das? Huch. Ist aber tief hier. Schön ist das nicht. Aber machbar, wie wir sehen. Auf gut Deutsch gesagt, sitzen wir mit einer Seite ganz schön tief in der Scheibe. Scheiße, so. Jetzt aber nicht mehr. Und wenn ihr also Bock habt mitzuspielen, ich glaube bis zu vier Personen geht das, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, dass ihr gerne mitspielen würdet. Und dann trage ich das natürlich auch so ein. Für die Leute, die mitmachen wollen. Und demnächst sind wir dann nicht alleine. Vielleicht nächste oder übernächste Woche wird das dann noch alleine gemacht. Und danach geht's los. Vor allen Dingen die Zusatzbeleuchtung, die wir montiert haben, ist nicht gerade unpraktisch, wenn man das mal erwähnen darf. Ich glaub, wir fahren soweit richtig bis jetzt. Was ist das ein fieses Gebiet hier? Ohne Mist. Das Problem ist natürlich, umso mehr Matsch am Hänger hängt, umso schwerer wird das Ganze natürlich sein, es zu ziehen. Das ist natürlich eine Tatsache. Umso schwerer etwas ist, was selber keinen Antrieb hat, umso schwerer ist es zu ziehen. Oh, jetzt kommen wir mal sehr gut voran. Vielleicht ist die Map auch etwas einfacher für Anfänger, ich weiß es ja nicht. So, wir haben immer noch unser Ziel da hinten im Auge. Jetzt kommt nochmal so richtig fieser tiefer Matsch. Ich hoffe nicht, dass wir uns einfahren. So, ein bisschen an den Rand fahren. Sehr gut. Perfekt. Da den Baum nieten wir um. Der Stand so ein bisschen im Weg. Nicht viel, aber ein bisschen. So, hier lang sieht es richtig aus bis jetzt. So, mal gucken wo wir sind. Noch sind wir schon so weit. Wahnsinn. Halt. Hier vorne geht es lang. Aber nicht nur da, sondern auch da lang. Aber nicht nur da, sondern auch da, sondern auch da. Hier hinten. Und da sind sie. Und da hinten. Drei.